Die Lösung durch Aspiration Ziehen Sie dabei auch etwas Luft mit auf, damit keine Flüssigkeit in der Optiköne verbleibt. Super! Lassen Sie uns direkt mit dem Benennen der Knochenpartien weitermachen. Der Knochenpartner Mit dem Papier kann ich testen, wie zuur etwas ist. Moet je zien, ik heb ook nog wat bramensap gemaakt van rijpe bramen. Voeg wat citroenzap toe en kijk wat er gebeurt. Moetit 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 Moetit